ARD Text im Auftrag von Funk Geht. Guck mal drauf. Es sieht gut aus. Nicht sammeln. Guck mal drauf. Sag mal. Hey. Überall. Und. Nochmal, guck mal drauf. Merci. Haha, ja. Du darfst auch gerne abkürzen. Wenn du willst. Abkürzen ist ja noch steiler. Ja. Das mach ich nicht. Du willst immer hoch. Du willst hoch? Nein. Du willst immer hoch. Wegen wir können wir im Tal rumlaufen. Sind wir gleich oben jetzt? Ah ja. 1-2 Meter noch. Ach Quatsch. Was? Ja, bloß einmal noch. Ein bisschen steiler geht es noch hoch. Oh nein. Noch steiler. Ach, jetzt ist es schön nicht so an. Was? Du sollst dich nicht so anstellen. Bis in den Berg hinauf. Ist nicht schlimm. 50 Meter. Länge oder Höhe? Höhe. Glaubst du? Nee. Jetzt noch mal hoch. Glaubst du? Nee. Jetzt noch mal hoch. Das ist doch gute Schuhe. Das sieht man fast nicht. Also ein bisschen Gefühl habe ich auch noch. Du willst bloß, dass es 500 Höhenmeter sind. Sind. Um deinen Ego zu befriedigen. Oder etwa 300. Was? Sind gerade mal 100? Nein. Du lebst das nicht. Klar. So ist es jetzt. Komm. Die schwäbische Hügellandschaft. Was? Die schwäbische Hügellandschaft hier. So. Kleine Hügel. Gell? Hügele. 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 Jetzt sind wir dumm, in der drin gibt nichts. Schau. Na ja, dumm bin. Umrutsch rein. Rutsch rein. So, dann gehen wir wieder zurück, oder was? Ja, nur wegen dir. Witt, 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 witt. Dass du nicht so arg laufen musst. Ich bin nicht so arg laufen, Lüge. Blöde, Lüge. Blöde, Koppi. Lüge. Lüge. Ja, nur. Das ist doch langweilig. Das bringt's doch nicht. Ich habe keinen Abendfeuerweg. Ich habe keinen Abendfeuerweg. Da könnt ihr ja mit meiner Oma laufen. Stimmt. Wenn die noch läuft. Ich bin nicht so glücklich. Das steht ja. Lüge. 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 He. He. Okay. Ein Rindvieh. Die fängt jetzt erst hier an die Tour. Das war jetzt ein Zustieg. Was willst du? Ich denke, wir haben noch Bier drin gekauft. Das ist ein dynamischer Schritt. Ein Blödi ist schlecht. Ein Blödi ist schlecht. Oh, jetzt geht es wieder runter. Extra für dich. Guck mal, da ist ein Weg. Da ist bestimmt eine Höhle da unten. Ja genau. Geh jetzt! 1 2 1 3 4 4 5 Musik Du hast keinen Plan, aber du hast auch keinen Plan. Das ist doch kein Plan, das ist doch ein Ab. Hast du Angst? Nee, aber du? Ja, denn du hinter mir läufst schon. Du denkst doch, dass da der Weg ist. Mein. Ja, ja, der kleine Nein. Hast du doch gesagt? Nee. Du weißt gar nichts mehr, was du... Du hast gesagt, wir müssen dann runter. Du bist du wohl. Das ist gar nicht. Das ist falsch. Und auch für dein Geschenk. Das ist einfach perfekt. Schön waschen. Ja. Da ist dein Weg. Ja. Deine Haut, Leute. Jetzt sind wir auf dem Rosette-Weg. Hast du noch einen Weg? Ja. Das Zeichen der gelben Rosette. Das ist aber ein steiniger Weg. Dieser Weg wird ein harter sein. Steinig und schwer. Ja, ja. Das ist schon so ein Römerweg. Die sind da überall Steine nachgeschmissen. Zumindest sind wir richtig. Jetzt sind da der Steinmendel. Wahrscheinlich. Da geht's nicht zur Abzweigung. Das musst du entscheiden. Ich sag's nimmer. Nee, wir müssen da weiter. Das ist nicht da nimmer. Dass du schuld bist diesmal. Ja. Du hast doch immer recht, hast du gesagt. Nee. Der Rosette-Weg geht da hoch. Ich sag' ich. Aber eigentlich... Oh Mann. Uah. Hä? Hier läuft. Scheint zu stimmen. Ich will nicht schon wieder hochschlappen. Kann schon nicht sein. Nee. Das sieht gut aus. Ja. Das ist ja dieses Bänkle in der Hartenstrak. So schön. Kannst du mir im Hund die Autos zugucken. Ja. Hallo. Ja. Ja. Ich guck' ich auch gleich mal. Wir sehen uns mal die Straßen an der Oren. Untertitelung des ZDF, 2020